Oh nein! Unglaubliche Neuigkeiten von Anna Amakova. Die Tochter von Boris Becker enthüllt nun öffentlich ihr Herz. Anna könnte eigentlich überglücklich sein. Vor knapp zwei Wochen hat sie mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin den ersten Platz bei Let's Dance erobert und von ihren Fans gebührend gefeiert. Aber wie Anna jetzt berichtet, ist sie nach dem großen Finale in ein tiefes Loch gefallen. In einem Interview mit RTL erklärt Anna, wie sehr ihr die Zeit bei der Tanzshow fehlt. Sie gesteht, im Moment bin ich traurig, es ist vorbei. Es ist einfach so, ich vermisse jeden bei Let's Dance, das Tanzen, das Training, alle zu sehen, die Tänzer, die Prominenten, alle hinter den Kulissen. Oh je! Aber das ist noch nicht alles. Anna enthüllt weiter, dass Let's Dance ihr Selbstbild komplett verändert hat, am Anfang war ich sehr schüchtern. Aber von Woche zu Woche zu tanzen, ich liebe das Tanzen und habe die Musik wirklich gespürt. Meine Emotionen bei Let's Dance zu fühlen und mich mit ihnen zu öffnen, hat mein Leben wirklich verändert. Wow! Mehr Emotionen gibt es kaum. Was wird Anna ihre Fans als nächstes überraschen? Wir können es kaum erwarten, es herauszufinden.